willkommen zum neuen video ich stehe unter einer sehr seltenen anlage die letzten in deutschland eine lager way lw 27 zwei flüger leider dreht sie nicht würde sie sich drehen wäre das ein highlight heute gewesen ich den zwei im windpark eine lager wurde abgerissen was war das für eine 27 18 18 wurde auch abgerissen sehr schade aber so eine habe ich ja schon gesehen ja leider drehen sie sich nicht hätten wir die erlaubnis gehabt hätten wir die heute gestartet da hinten sieht man die 82 wo ich vorher war dann sieht man die wo ich vorher war hätten sieht man noch die am bonus und die nord zu den nordics werde ich aber wahrscheinlich nicht mehr fahren weil ich immer zu wenig zeit habe weil ich noch woanders hin muss aber ich glaube zu der am bonus 150 erfahren wir noch und dann kriegen wir gleich noch die leute im dorf raus damit sie uns den schlüssel für die anlagen geben es nicht meine idee ja hier sind wir jetzt schon bei der zweiten lager eine sehr seltene anlage da muss ich gleich noch ein schönes foto machen weil ich vergesse dass hier schon wieder fotos zu machen dann solltest du auch schon wieder gewesen sein mit dem video etwas kürzer aber gleich kommt der bauer und hier sieht man halt noch mal den windpark wirklich sehr seltene anlagen und heute im windradtrio 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 windenergieowl hier im padabona land dann die nächsten videos werden dann wahrscheinlich noch die am bonus 150 30er sein und danach geht es nach dal dann sollte es schon mit dem video gewesen sein wir sehen uns dann im nächsten video haut rein ist ein abo da und ciao